Die Ankunft in München Hallo Tom, willkommen in München. Wie war deine Reise? Hallo Anna, die Reise war angenehm. Danke. Es ist so schön, endlich hier zu sein. München sieht auf den ersten Blick fantastisch aus. Ja, München ist wirklich eine wunderbare Stadt. Lass uns zum Marienplatz gehen. Das ist das Herz der Stadt. Erste Eindrücke Wow, der Marienplatz ist beeindruckend. Das neue Rathaus sieht majestätisch aus. Was kann man hier sonst noch machen? Es gibt so viel zu sehen. Wir könnten die Frauenkirche besuchen oder durch den Viktualienmarkt schlendern. Der Englische Garten ist auch wunderschön, besonders bei schönem Wetter. Über das Arbeiten in München Und wie ist es, in München zu arbeiten? Die Stadt bietet viele berufliche Möglichkeiten, besonders in den Bereichen Technologie und Finanzen. Außerdem gibt es viele internationale Unternehmen hier. Die Arbeitskultur ist sehr professionell, aber die Menschen wissen auch, wie man nach der Arbeit entspannt. Das klingt toll. Ich habe gehört, dass viele Firmen flexible Arbeitszeiten anbieten und dass die Work-Life-Balance hier ziemlich gut ist. Ja, das stimmt. Viele Unternehmen bieten Home-Office-Optionen an und es gibt auch viele Freizeitmöglichkeiten, um sich zu entspannen. Freizeit und Kultur in München Was machst du in deiner Freizeit? Ich gehe gerne ins Deutsche Museum. Das ist eines der größten Technik-Museen der Welt. Außerdem besuche ich oft Konzerte und Theateraufführungen. München hat eine lebendige Kulturszene. Klingt interessant. Gibt es auch gute Restaurants? Ja, München hat eine fantastische Gastronomie-Szene. Du kannst alles finden, von traditionellen bayerischen Gerichten bis zu internationaler Küche. Lass uns heute Abend in ein bayerisches Wirtshaus gehen. Wohnen in München Wie ist das Wohnen hier? Ist es teuer? Ja, die Mieten sind relativ hoch, besonders im Stadtzentrum. Aber es gibt auch viele schöne Viertel außerhalb des Zentrums, die etwas günstiger sind und eine gute Lebensqualität bieten. Welche Viertel würdest du empfehlen? Schwabing ist sehr beliebt bei jungen Leuten und Künstlern. Heidhausen und Glockenbach-Viertel sind auch tolle Wohngegenden mit vielen Cafés und Bars. Öffentlicher Verkehr Wie kommt man am besten durch die Stadt? München hat ein ausgezeichnetes öffentliches Verkehrssystem. Die U-Bahn, S-Bahn, Busse und Trams sind sehr zuverlässig und verbinden alle wichtigen Teile der Stadt. Das klingt praktisch. Braucht man überhaupt ein Auto? Nicht unbedingt. Viele Leute fahren mit dem Fahrrad oder nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Es ist umweltfreundlicher und oft schneller als mit dem Auto. Die Biergärten Ich habe gehört, dass die Biergärten hier besonders sind. Stimmt das? Ja. Die Biergärten sind ein großer Teil der Münchner Kultur. Es ist ein toller Ort, um sich mit Freunden zu treffen, ein Bier zu genießen und die bayerische Gastfreundschaft zu erleben. Wir sollten unbedingt einen besuchen. Das klingt nach Spaß. Welchen Biergarten würdest du empfehlen? Der Hirschgarten ist einer der größten und ältesten Biergärten in München. Lass uns dort hingehen. Veranstaltungen und Feste Welche Veranstaltungen und Feste gibt es hier? Das bekannteste ist natürlich das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt. Aber es gibt auch viele andere Feste, wie das Tollwood Festival und das Frühlingsfest. Die Stadt hat das ganze Jahr über ein buntes Veranstaltungsprogramm. Ich hoffe, ich kann das Oktoberfest erleben. Es muss unglaublich sein. Ja, das ist es. Die Stimmung, die Musik, das Essen. Es ist eine einmalige Erfahrung. Natur und Erholung Gibt es auch Natur- und Erholungsmöglichkeiten in der Nähe? Ja. München liegt in der Nähe der Alpen und es gibt viele Seen wie den Starnberger See und den Ammersee, die ideal für einen Tagesausflug sind. Der englische Garten in der Stadt ist auch ein großartiger Ort zum Entspannen. Das hört sich perfekt an. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Dann wirst du München lieben. Die Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten sind nahezu unbegrenzt. Ich bin wirklich beeindruckt von München. Die Stadt scheint alles zu bieten. Kultur, Natur, Arbeit und Freizeit. Ja, München ist wirklich eine Stadt, in der man sich wohlfühlen kann. Ich bin sicher, dass du hier eine großartige Zeit haben wirst. Vielen Dank, Anna, für die tolle Einführung. Ich freue mich darauf, hier zu leben und all das zu entdecken.